Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Team Fortress, heute als Engineer. Und ich bin mit dem Sentry, nee mit dem Sentry-Werfer, genau so hieß das. Ganz einfach, weil das am einfachsten ist. Aber wie ging das nochmal? Ach ja, hier. Das ist, das eine ist da, auf jeden Fall in zwei. Da. So, genau. Nope, du kriegst mich nicht. Komm, Sentry. No, Sentry, erfüll dein Zweck. Okay. Yo, 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 yo. Fick dich. Da hab ich ihn weg. Nee. Nein, 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 nein. Ja, sauber, da hab ich wieder welche. Von wo? Da vorne, stimmt noch. Ah, da hab ich aber noch einen mitbekommen. Nice. Meine Sentry steht immer noch da oben. Wie lang noch? Das wissen wir jetzt leider nicht. Ah, da macht's auf jeden Fall noch grad Leute fertig. Ähm. Äh, zack. Bäm. Oh, 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 oh. Oh, oh. Zack, weggemacht. Nein. Dieser Typ mit dem Loch Nesser, das regt mich auf. Das ist nicht cool. Not cool, bro. Okay, jetzt mach ich eben mal wieder mit, ähm, Mini Sentry ausstellen. Hierin kommt die direkt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Der ist gut, dieser Dr. Toast. Ist bestimmt auch bester bei... Lol, der ist ziemlich schlecht bei denen. Ähm. Stell jetzt einfach mal hierhin einen Dispenser. Und dann kommt hier eine Mini Sentry. Nee, die kommt hierhin. Nee, nee, nee. Oh, 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 oh. Oh. Nein. So, hierhin. Nice, den hab ich noch bekommen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nice, hab ich den jetzt? Ja, nice. Obwohl, nein, hab ich nicht. Hm. Das ist ein Spy, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Spy. Das ist auf jeden Fall ein Spy. Sag ich ja. Also noch schlechter kann man sich als Spy gar nicht verhalten. Nein, da ist schon wieder, ah, Stimmungskanone ist auch, nice, da hat man eine Sentry noch gekillt. Das ist das Coole am Engineer. Du stellst deine Sentry auf und die killt dann einfach Leute für dich. Aber eigentlich mag ich die Sentry, äh, die Engineer-Klasse nicht so sehr. Ähm. Weil es halt nicht wirklich so Skill. Also brauchst schon Skill, aber... Hm. Äh, ich mein, ist lustiger, direkt in den Kampf zu gehen. Fick dich, wer ist der Spy? So. Die kommt jetzt hier hin. Ah, das war nicht so klug. Bam. Hab ich ihn? Nein, nein, nein. Bam, wieder einen gekillt. Ja, nice Sentry. Okay. Okay. Nein, Sentry, lebe. Lebe und denke nicht an morgen. Nein. Neu aufbauen. Ja gut, sie hat aber noch Schaden gemacht. Das ist ja im Prinzip alles, was ich wollte. Ah, boah, ich bin grad die ganze Zeit mega konzentriert. Oh, das war gut. Hier ist... Oh, ja, geil. Oh, ja, sogar ihn. So, hier rein. Gut, dass du ihn aufgehalten hast. Ah, da oben ist einer mit seinem schwulen Huntsman. Ähm, nope. Nope, 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 ganz schön nope. Äh. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Ah doch, hier. Ich will chillen, ah, da... Nein. Nice. Komm her. Komm her, komm her. Ah, verdammt. Komm her, doch, ich komm hier noch raus. Nice. Ähm. Die kommt jetzt hier hin. Dann sieht man die nämlich nicht so gut. Bam. Hier noch schnell den, äh, Dispenser aufpushen. Ist immer wichtig. Immer schön ein bisschen Fun-Vortrag-Zoll für dein Team mitarbeiten. Zack. Was machst du, Sandry-Rom? Greifst du niemanden an? Bäm. Habe ich ihn wieder gegrillt. Nein. 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 Diese ganzen Demo-Nights jetzt mittlerweile. Ist so schlimm. Die sind mir eigentlich teilweise echt ziemlich gut. Zack, 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 zack. Ähm. Ja. Meine Sentry ist kaputt. Nein, 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 Heavy. Nein. 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 Scheiß Spaß, die. Ich unterstütze einfach meine Sentry. Und meinen Dispenser, noch viel schlimmer. Oh, diese Leute, die einfach schlecht sind. Hey, kann ich dir helfen, Sentry? Nee, Sentry, rette uns. Die ist eh schon fast kaputt. Ja. Ach, Manu. Ähm. Oh, nee, oh, nee. Holy Crap, Holy Crap. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Hey, wie, wie hat der denn da eine Sentry errichtet? Loool. Was für ein Affe. Ja, das war mir jetzt schon klar. Ähm. Was sei denn, ihr Spastis? Ist hier noch einer? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Nicht, dass... Ich sehe jemand. Bäm. Wieder. Die beiden sind so ziemlich... Oh, Alter, wie viele Spice haben die denn? 90% des Gegners des Teams sind Spice. Nein. Nope. 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 Einfach nope. Ha. Läuft aber doch besser als erwartet. Boah, da hat er mich weggesnipet. Ach, der da unten war das. Adam Sasson. Mhm. Cooler Name. Mir ist aufgefallen, die Minisetrix bringen es gar nicht so krass. Aber sind halt schneller aufgebaut. Und wenn sie kaputt geht, dann macht man sie eben ganz schnell neu. Man kostet ja nichts. Könnt man die jetzt noch upgraden, wäre das richtig fett. Komm schon. Und zack, zack. Und zack, zack, zack. Es war gerade ziemlich dumm, dass ich zurückgelaufen bin. Aber ist ja nicht schlimm. Kann jedem jemand passieren. Und bäm. Aber es macht im Prinzip nichts. So. Und jetzt hier hoch wieder. Hallo. Ich find dich lieb. Du bist so lieb. Du bist so nett. Bäm. Ich dominiere Tristan. Nein, 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 nein. Kommt jetzt gar nicht irgendwo ein Pyro. Ich liebe diesen Schotten. Also den Dämonen. Äh, der Moment. Der war so lustig. Ähm. Komm, du bist so ein Spy. Nee, doch nicht. Hm. Jo, da habe ich Tristan wieder. Da habe ich den da unten auch wieder getroffen. Nein, nein. Das sehe ich gar nicht ein. Das sehe ich gar nicht ein. Oh, oh. Na, Tristan. Tristan, dieser Bastard. Aber. Äh. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube, ich spiele die Runde einfach noch zu Ende. Ich muss das nämlich gleich noch alles schneiden und hochladen. Heute war ich wieder in der Schule. Am Mittwoch. Und ich muss das noch alles vor 16 Uhr schneiden und hochladen. Das wird schwer. Ja, ja, ja. First World Problems. Bäm. Nein. Achso, Dispenser. Nee. Nope. Nope, 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 nope. Ähm. Und zack. Das ist einer. Aber bist du wieder ganz? Nee, noch nicht. So. Hm. Hallo? Ähm. Ich stelle die Sentry jetzt auch mal kurz um. Ich stelle die... Nein. Ich wusste, dass sowas kommt. Nein, 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 nein. Jo, nice. Da ist jetzt ein bisschen... Sinnvoller, würde ich sagen. Nope. Fickt mich nicht. Bin wie Batman. Ich glaube, da war gerade ein Spy. Nope. Haben wir gewonnen? Natürlich Verlängerung. Wie soll's auch sonst? Ja, wir haben gewonnen. Nice. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Als Demo muss... Äh, 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 als... Ähm, als hier... Engineer muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.